Warum ist es jedes Mal im Flughafen dasselbe? Man ist hier, hat noch Zeit, schaut sich um und man findet direkt seinen Airport Crash. Oder die andere Variante, du bist einfach nur richtig creepy angeschaut. Wohin ging euer letzter Flug? Ich nehme euch mit nach Georgien in meiner Story. Also ich habe einen Freund, deshalb gehe ich jetzt einfach direkt zum Flieger.